Singen ist die wohl ursprünglichste Art zu musizieren, denn das dazugehörige Instrument, die menschliche Stimme, musste nicht erst erfunden werden. Sie ist direkte Vermittlerin unserer Gefühlswelt und kann die Zuhörer ganz ohne Umwege tief berühren. Ob Klassik, Jazz, Rock, Pop, Musical und was es da sonst noch gibt, unsere Musikpädagoginnen und Pädagogen begleiten ihre Schülerinnen und Schüler gerne auf ihren ganz persönlichen Weg. Denn was ist in der Musik schon so persönlich wie die eigene Stimme? Zum Lenz und am Ort, oh!